Wir empfehlen überall, wo es prozessbedingt möglich ist, den Wechsel zwischen Sitz- und Steharbeitsplatz. Wenn man wie hier schon eine ganze Zeit im Sitzen gearbeitet hat, ist es ergonomisch sinnvoll zu wechseln zwischen der sitzenden Position und der stehenden Arbeitsposition, um den Rücken zu entlasten. Das ideale Verhältnis ist 80 zu 20.